Huch, was für eine Überraschung, wir sind auf der Coldwind-Farm. Ja, aber ich weiß, dieses Mal wird dir deinen Schlüssel sehr viel bringen, weil ich bin dabei. Ja, ich hoffe. Der Hass hat es irgendwie nicht hingekriegt. Ich weiß auch nicht. Ihr seid ja jetzt zu dritt am Djinn. Okay, ich gehe mal lieber woanders hin. Ja, es ist Hillbilly, aber er ist noch ein ganzes Stück vor euch, hat er aufgehört. Aber rennt schon mal. Oh mein Gott. Ich kriege als Erste aufs Maul, natürlich. Aber Light rettet mich wahrscheinlich. Heute auch schon so oft gedacht. Nee, das bist du scheiße. Nee, Mann, er kommt, er kommt, er kommt. Entschuldigung. Fuck it. Okay, ich schaue mal hier ab. Die sitzen auch wieder an einem Djinn zusammen, dann gehe ich mal... Ah, er hat mich gekriegt. Ich wollte gerade noch sagen, zu dem Todesdjinn, ob das jetzt so gut ist, was ich da oben mache. Ich weiß ja selber jetzt noch nicht mal, wie ich hier entlang laufe. Macht einfach Djinn, wer mich hier rumstaut. Ich glaube, er hat mich hier oben jetzt nicht gesehen. Das Problem ist doch, kann ich da jetzt zu dir rüber runterspringen? Ach, hier ist ja jetzt ein Loch in der Mitte. Ja, aber er ist direkt in eure Richtung gerannt. Oh, jetzt sind die Fenster hier zu. Würdest du mich verarschen? Hä? Er ist bei mir. Ich glaube, einer rennt gerade zu mir. Ja. Ich hoffe, weil er ist irgendwie direkt hier. Ich glaube, der ist unten. Nee, aber unten läuft keiner. Hä? Was war denn das jetzt gerade? Und dich holt keiner. Geil. Äh, wo kann ich denn hier runter? Ich mach grad Gold. Alter, Nia, kannst du bitte in den Hit tanken? Oh, geil. Er geht auf sie. Du bist da oben, gell? Ja, ich komm gerade von außen. Ich bin jetzt mit der Claudette hier am... Äh, wenn du das bist, geradeaus ist rechts. Genau. Oh, aber er ist auch da? Nee, ich bin oben im Haus. Oh, oh, oh. Wenn ich hier nicht so blöd rumlaufen würde, ne? Hätte ich sogar noch den Shen weitermachen können. Und ich find keinen locker. Oh, 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 ich hol sie runter, wenn er gleich weg ist. Na gut, da ist eh nichts mehr dran. Ich bin in der Killehütte und mach hier einen Shen. Ich wollte gerade sagen, ich bin gleich wieder beim Killer, aber... Er ist einer der wenigen. Also wir hatten heute irgendwie nur... Oh, ach so, er ist hinter der anderen. Ja, verstehe. Äh, nur solche, die, ähm... Die dann direkt wieder zurückkommen. Also die dann direkt am Tunnel sind. Das ist so scheiße. Oh, Gott. Ich wollte eigentlich heute meine Millionen zusammenkriegen. Aber denkst du, ich hab das jetzt mal so ansatz... Ja, ansatzweise schon, aber... Scheiße. Hat mich, denke ich mal... Barbecue gesehen. Oder auch nicht. Ich hol sie. Häng noch ein bisschen ab. Ich bin gleich da. Äh, ja, ich kann dich auch heilen. Deswegen stand ich eigentlich hier und hab in der Gegend rumgeguckt. Aber okay. Oh, er ist gleich wieder bei uns. Die schalte ich aber vorher noch. Oh. Mein Chen ist gleich fertig. Scheiße. Ich bin irgendwie nur bei den Leuten hier im Moment. Das ist... Boah, ey. Ich bin nur noch die Leute am runterholen gerade. Vor allen Dingen immer, wenn ich da wohin gehe, wird der nächste neben mir direkt niedergestreckt. Ja. Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Aber jetzt würde ich laufen, Clothet. Lauf, lauf, lauf. Ich bleib auch bei dir. Hinterm Baum stehen ist nicht gut. Auch nicht das, was du hier gerade versuchst. Ja, du gute alte Baum. Der schützt halt nicht. Ja, sie ist jetzt erst hinterm Baum, aber wollte wohl nicht da stehen bleiben. Keine Ahnung. Jetzt steht sie hier in der Palette, sodass sie sich quasi dahin hocken kann und er mir dann theoretisch hinterherlaufen würde. Äh, warte mal. Ja, ich habe vielleicht ein riesen Problem. Okay, ich denke, ich weiß, was du meinst. Ich bin im Keller. Verletzt. Und er ist hier. Und ich bin halt rein dran. Okay, ich dachte eher telephontechnisch, aber... Ja, ich hoffe, dass ich hier vielleicht ein Medkit finde. Ich finde ja auch gerade keinen Gym. Warte mal, ist mal das Tote. Ich bin nicht zu blöd. Doch, da hinten weg ist es. Ach, eine Taschenlampe. Ja, vielleicht kriegst du ihn ja geblendet. Das habe ich letzte Runde ein paar Mal probiert. Gnadenlos, gefailt. Weil du es musstest, oder? Ich wollte es testen. Ich teste sowas gar nicht erst mehr. Also hier sind zwei... Noch ein Gen. Ja, hier sind zwei Gens direkt nebeneinander. Äh, wenn du verletzt hier gerade rumläufst, wo das Feuer ist, links von dir bin ich. Das kann ich. Oh, oh, ist schlecht. Komm mal hier hinter. Ja. Zumindest eine kleine Chance, dass er vielleicht nicht alles sieht. Nee, passt noch. Oh, die Frage ist jetzt... Okay. Soll ich hin? Ja, das ist jetzt... Die andere, glaube ich, ist nicht... Also ich sehe sie hier zwar nicht, aber... Äh, er hat mich. Ah, die andere wurde aber gerade runtergeholt. Hier gibt es nirgends mehr Paletten. Ich darf da hin. Also ich habe noch keine gehabt. Ich habe mich die ganze Zeit versteckt heute. Nein, jetzt habe ich... Scheiße. Hattest du einen? Weil die hat mich mit der Palette rausgeholt aus seinem Arm. Ich wollte gerade sagen, du hattest doch gar keinen... Also ja, gut, ich weiß nicht, was du drin hattest, aber... Du spielst ja normalerweise nicht mit, äh, komm nicht so. Mit dem Strike. Okay, den kriege ich noch durch. Nee, selten. Die Frage ist jetzt nur, der andere ist jetzt hier direkt in der Nähe, ne? Total offen. Mitten auf dem Feld. Ich liege wieder unter einer Palette. Ja, die eine schleicht zu dir. Nee. Ach nee. Er hat dich weggetragen, scheiße. Ja, gut, aber das Gute ist halt, er hat mich jetzt nicht in den Keller gebracht dadurch. Er wird auch, denke ich mal, nach hier kommen. Ja, er kommt zu dem Jen. Aber er läuft ihr hinterher. Aber die eine holt dich. Mh, mh. Zickel? Ja? Hast du das? Ja. Hallo? Boah, ey. Herr, I need somebody, Herr. So, der Flo einmal gesungen während dem Spiel, seither muss ich da jedes Mal dran denken. Scheiße, die... Ja, die ist auch noch tot. Fass. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen weiter weg. Wir brauchen nur noch einen Jen, dann ist die Luke ready. Ja, aber da hinten sind ja keine Jens mehr. Ähm, bei dem, da wo er mich auch aufgehängt hatte, der war doch fast fertig. Boah, der hat dich hier ein Aufgang. Warte, da gehen wir kurz hin, okay? Achso, da gegenüber... Da war noch ein Jen? Ja, und der war echt fast fertig. Da hinten ist er, glaube ich, gelaufen. Ich guck. Ja, sie sitzt dran, geil. Der durfte jeden Moment fertig sein. Okay. Äh, okay, nee, sie hat einen neuen Angriff. Okay. Er kommt. Uh, und ist bei mir. Scheiße. Dank der Säge wird er mich auch direkt haben, wollte ich gerade schon sagen. Ich bin, ja, das war jetzt scheiße. Ich hab gedacht, der kommt von... Och Mann, jetzt heil dich doch mal. Ich dachte, der kommt von eurer Seite aus. Guckt die ganze Zeit in die Richtung. Und merkt auf einmal, wie es lauter wird. Ich denke, fuck. Ich bin noch nicht weit. Noch ist er hinter ihr her. Lass uns aber woanders erstmal hin am besten. Hm. Ich frage es mir, wohin? Also hier den Jen hatte ich ja angefangen. Ja, aber der von ihr war ziemlich weit. Okay, Schrank. Ich hab keinen Schrank. Oh, fuck. Ich bin im Lock... Oh, siehe, stopp. Wir können Luke suchen. Ich wahrscheinlich gleich nicht mehr. Ohne dich hab ich keine Chance mit Luke. Aber ich hab diesen Marker mit dabei. Okay. Ist er bei dir? Nee. Oh, er ist gerade bei dem Jen, wo wir waren. Hast du Bindung dabei? Jep. Aber ich stand noch im Schrank. Das hilft mir dann viel, die Luke zu suchen. Ja, und dass ich den Marker machen kann. Fuck. Er geht jetzt wieder dahin, wo der Jen war, so die Richtung. Okay. Das Problem ist, ich muss ihm ja hinterher. Oh, fuck, oh, fuck. Oh. Oh. Er patrouilliert die Jens. Ich bin... Nein, er hat mich gesehen. Fuck. Nee, oder? Okay, aber... Schön cool bleiben. Ich hab Borrow. Oh, nein. Ich hab ihn gestunnt. Und trotzdem, dass er nicht geschlagen hat, bin ich wieder am Boden, ne? Alter, ja, Mann. Das kann... Ich find das asozial. Und du kommst in den Keller, oder? Ich glaub, hier ist kein Killer. Nee, ich komm hier aus dem Feld, ja. Das wär cool, wenn da die Luke irgendwie wär. Ja, aber... Na, jetzt bleibt die auch noch stehen. Jetzt geht er wieder Richtung Jen. Ja, ist da hinten so ein bisschen. Ach, die Luke ist direkt neben mir. Echt jetzt? Ja. Ich komm. Pass aber... Nee, pass auf, der ist im Haus. Also, du musst irgendwie sneakier. Ich hab Borrow Time. Ja, aber wenn du leagst, bringt mir das ja auch nichts. Komm, schnell, 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 schnell. Schnell, schnell. Wo ist sie? Komm, 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 komm. Yes! Nice! Okay, puh. Es war nicht ganz so dramatisch wie sonst, aber das war jetzt echt geil. Ja. Was ich die ganze Zeit schon sagen wollte, aber ich irgendwie viel zu viel Anspannung gerade hatte, während des ganzen Matches. Das war natürlich ein Scherz von wegen, der Lars hat's nicht hinbekommen, ne? Aber wir haben so scheiß Gegner gehabt die ganze Zeit. Und dann immer den Doktor und du konntest nix machen, du konntest dich auch nicht verstecken und so und oh, ey. Hm. Der schreibt schon gar nichts mehr, der weiß wahrscheinlich gar nicht, was jetzt los ist. Please give me the hatch. Nee, der weiß ganz genau, was ist. Okay. Deh. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020